hoch immer wir jetzt hingehen ach dann sind wir jetzt hier einmal rumgelaufen, das ist ja ein Traum ähm warte mal, gehen wir hier nochmal hoch in hoffnung hier irgendwo hin zu kommen und warte mal, wir gucken auch noch mal ganz kurz hier wegen den äh Inventar Dingern hier wir haben jetzt hier das hier, das könnten wir anlegen, das ist auch ein bisschen beschissen ich glaube das hatten wir schon mal angeguckt sonst haben wir nur die alten Waffen, die wir sowieso schon hatten dann bei den Dolchen haben wir hier was Neues aber jetzt so viel besser ist das jetzt auch nicht Ersatzdolche, ne, Armbrüste haben wir immer noch die gleiche, hier haben wir die Patrouillen Rüstung, hat zwar weniger Giftwiderstand, mehr Energiewiderstand, das können wir eigentlich mal nehmen hier haben wir die Patrouillen Handschuhe dazu können wir auch anziehen hier haben wir nichts Neues hier haben wir Helme, die wir nicht anlegen werden jo aber zumindest haben wir schon mal ein bisschen mehr Schutz ist auch nicht verkehrt da liegt noch was alles wird mitgenommen, auch wenn es nur Steine sind so dämonische Attribute zunehmender Einfluss des Dämons auf deinen Körper ermöglicht dir neue Passivfähigkeiten die im Attribute Menü aufgelistet sind nein wirklich, ist ja nett können wir nochmal ganz kurz gucken, hier irgendwo Attribute Menü da Attribute Dämonischer Funke dein Körper ist empfänglicher für die Energie des Weltherzens aber dein Widerstand gegen Kälte hat sich verschlechtert ok weiß ich Bescheid wir haben mehr Mana aber machen halt halten weniger aus gegen sowas halt gegen Kälte so, jetzt muss ich auch nochmal ganz kurz gucken hier ob ich nochmal ein Haltrang herstellen kann warte mal, warte mal, warte mal Haltrang, kann ich herstellen? nein, fehlen mir noch 4 fett ab das Blut ok, weiß ich Bescheid so, was haben wir denn jetzt hier? leichten Ersatzteillager oder was? mit Dämon drin oder untoter Gargoyle, keine Ahnung voll eins aufs Maul gegen den sollen wir jetzt kämpfen na super das kann ja was werden gut aber bevor wir jetzt auf den gehen, gehen wir jetzt einmal auf die kleinen Viecher hier hey am besten so, dass ich nicht sterbe das wäre super so und nochmal und nochmal oh, komm schon oh, meine Fresse jetzt geh da mal ran hier, meine Fresse ist doch nicht wahr so, gehen wir mal an ihn hier ran so, warte, warte, warte so und jetzt immer fester drauf ich bin hergekommen so, haben wir noch einen davon ach so, darum bist du in den Sumpf gegangen na super auch noch eine große Fresse hat hier der Vulkan oh, komm schon steh auf hier gib ihm Feuer gib ihm gib ihm richtig oh, nochmal okay, noch nicht oh hey oh so, was ist mit Advent ach, die ist noch gar nicht tot gut, dann kannst du ja mal was machen hier oh immer die Sachen, die du nicht blocken kannst und dann trotzdem Schaden bekommst du sollst da vernünftig Leben regenerieren so, immer fester drauf immer wieder fester drauf warte ach, wir haben gar keinen Mahnertrank das ist ja ein Traum oh ja, super ein paar Sachen, die du nicht blocken kannst nun denn, nun denn ich hatte ja auch beim letzten Mal spielen definitiv mehr Heiltrinke komm, das können wir überspringen komm schon geht doch ah meine Fresse nervig das Viech, nervig wie gesagt mit 300.000 Heiltrinke ist der wesentlich einfacher nur habe ich die im Moment nicht so geh weg macht er wieder seinen komischen Verderbnisball hier so, nochmal, komm schon nein kann er nicht ah ja, jetzt komm, lass mich mal aufstehen hier weil wir müssen jetzt auf ihn hier töten dann die Lebensregeneration davon bekommen in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt dann trinken wir einen Mahnertrank den haben wir ja wenigstens ja, und dann fest drauf und nochmal und draufhauen dann dann fahren hier bei Glaubst du, dass du gesiebt hast, Sterblicher? Die Todwandler kommen. Dein armseliges, kleines Dorf wurde entdeckt und wird schon bald untergehen. Heute falle ich, doch Dutzende neuer Brüder und Schwestern. Werden auferstehen. Die dunklen Eisfürsten werden mich erneut beschwören und mich belohnen. Belohnen dafür, dass du gestorben bist? Die dunklen Fürsten haben sich noch nicht mit mir angelegt. Wenn du auf die Gerüchte hörst, was wirklich im Sumpf leben soll, dann sollten wir sofort ins Dorf zurückkehren. Wenn er recht hat und ein General den Angriff führt, dann kann nur deine Macht ihn stoppen. Na, dann vertrauen wir immer auf unsere Macht. Aber erstmal hier alles einsammeln. Rohmetall, anderes wichtiges Zeug. Bestimmt noch mehr wichtiges Zeug. Irgendwo hier, da so. Nehmen wir alles mit. Bin da ja nicht so. So, und dann können wir jetzt irgendwie zurückgehen. Hoffentlich. Weil Truhen und sowas gab es hier nicht. So. Raus hier. Ab ins südliche Delta. Und was ist, wenn ich ins südliche Beta möchte? Oder Alpha? Oder Kammer? Es ist der Dämon in mir. Und er macht, dass ich jetzt hier diese Dämonen Augen habe. Finde ich ja cool. So, was haben wir hier drin? Komm, mach mal auf. Ey, mach den Baumstumpf auf. Genau, einfach mal gegentreten. Vor lauter Wut. Dann einmal hier ganz kurz einen Haltdrang herstellen. Woll, dann können wir nämlich jetzt hier dieses Attribut hier mit einem Apotheker machen. Wo haben wir es denn? Apotheker, Apotheker, Apotheker. Wo ist es denn? Da. Kosten zwei Punkte. Habe ich gerade so über. Und dann können wir nämlich jetzt hier Tränke wesentlich günstiger herstellen. Das ist sehr gut. Gerade dadurch, dass ich so viel darauf angewiesen bin. Was haben wir hier? Packese zündliches Gewicht vor Überladung. Plus 50 Chance, Gegner zu finden. Ja, nehm ich. 20 Prozent, warum nicht? 20 Prozent auf Lootglück. Na, gucken wir mal, ob das Dorf hier nicht mehr so weit weg ist, wie er sagt. Äh, es ist ja toll. Natürlich ist hier mal wieder so ein Schlangenfass hier im Weg. Was auch immer das darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Mimikrie für Arme. So. Was auch immer Edwin damit ihm macht, ist gut. So, aufmachen hier ist fast, bitte. Danke. Mehr Gold und Leder. Wozu auch immer ich Leder brauche. Wahrscheinlich später noch, um irgendwas herzustellen. Wir stellen hier keine Waffen her. Und da sind jetzt jede Menge Untote. Und das so kurz vorm Dorf. Na, Halleluja. Dann weißt du, was uns erwartet hier. So. Der ist weg. Und ab an ihn hier ran. Au. Au. Das ist auch mal lustig hier. So, komm. Und nochmal. Geht doch. Oh, ja. Ich vergesse immer, dass er hier diesen, diesen, diesen Dings hat. Diese Explosion, wenn man ihn tötet. Ja, komm. Du bist doch eh schon tot. Siehst du, sage ich doch. Wah. So, komm. Komm ran da. Genau. Und immer fester drauf. Und wieder treten. Hey, ich sagte treten. Meine Fresse. Sehr schön, Edwin. Sehr schön. So. Alles aufsammeln, was hier so gedroppt ist natürlich. Will man alles haben. Gerade das verderbte Blut für Tränke. Und dann ab ins Dorf. Nach Valbenor gehen. Und dann mal abwarten, was uns hier drin jetzt alles erwartet. Noch mehr Ohrentote. Yay. Oh, ich habe mich ja vermisst. Oh, komm schon. So, und immer wieder fester drauf hier. Immer schön, dass wir halt so ein bisschen Lebensregeneration bekommen von dem einen Attribut. Ist ja nicht verkehrt. Ne, halt dich selber sauber. Wir stecken hier bis zum Hals in der Scheiße. Sie sind überall. Wir halten dieses Tor. Aber ich glaube, die anderen wurden schon überrannt. Weißt du, wo der Hauptmann ist? Er hat sich zum Mitte des Dorfs aufgemacht. Es klang, als ob es da drüben nicht besonders gut läuft. Wie solltest du ihm helfen gehen? Na, dann helfe ich ihm mal. Ne? So viel Zeit muss sein. Aber ich habe ja auch noch eine sekundäre Quest zum Abschließen. Und jede Menge anderes Zeug. Ich muss gleich mal gucken, was das da für eine komische Sekundärquest ist. Nicht, dass die noch irgendwie unwichtig ist. Komm schon. Mein, das Dorf wird angegriffen und ich komme bei mich um Sekundärquest. Das ist Spawned by Flame. Aua. Scheiß Fallschütze hier. So. Ah, den habe ich nicht gesehen. So, und feste drauf. Sehr schön. So, was habt ihr so getroppt hier? Ach, ist noch irgendwo einer? Da hinten ist noch so ein Schemen. So, jetzt aber. Alles mitnehmen. Man weiß ja nie, was uns erwartet hier. Einfach mal vorbeigehen hier, alles einsammeln. So, okay. Da liegt noch was. Äh, muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, okay. Dann könnte ich ja direkt hier unterwegs hier abgeben. Dann mache ich das mal. Indem ich halt hier jetzt so hinrenne. Hier irgendwo hochlaufen muss und dann kann ich da die Quest abgeben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wird hier Leuten an Kartoffeln bedroht oder was? Das geht ja nicht. Ui. So, und jetzt nochmal, ohne dass ihr mich hier ständig umhaut. So, nochmal. Sehr schön. Und, na, jetzt wollte ich... Na, ich vergesse es immer wieder. Ich werde es nicht mehr lernen hier. Mit Deppen. Okay.